Warum bin ich noch nicht so rettenlos verliebt? Wo das ein Tier doch so viel süße Männer gibt? Liebe ist verliebt, was nicht das Leben verwirrt. Die Hauptsache bei einem Tenor ist das Urteil der Frauenkriege. Und das war Fabian. Vor Urzeiten beschlossen die Gründungsmütter des Hofstaates die totale Entsammung von zwischenmenschlicher Liebe, besonders zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Jetzt wird es ernst. Ab jetzt um uns Männer. Ja! 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 Ja!